Hallo zusammen, ich glaube wir fangen fast pünktlich an, eine Minute zu spät. Saal ist voll, es gibt noch ein paar einzelne Sitzplätze für die, die da hinten stehen müssen. Also hier ist noch was frei, da ist noch ein Platz. Die ganzen Menschen, die jetzt freiwillig ihren Arm heben, haben noch einen Platz neben sich. Also ihr müsst nicht stehen, wenn ihr wollt, setzt euch besser. Okay, genau, die drei Herren hier zu meiner Rechten sind Ulf Hörmeier, Markus Bechtal und der Linus Neumann, werden ein bisschen was über, ich weiß nicht, den Stand der digitalen Gesellschaft erzählen, was ihr so macht. Netzaktivismus generell. Netzaktivismus generell, okay. Gut, dann wollen wir es nicht länger aufhalten, deswegen kurz einen warmen Applaus und dann kann es direkt losgehen. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr alle hier seid. Wir drei sind Mitglieder des Vereins Digitale Gesellschaft und wollen in diesem Talk ein bisschen über unsere Arbeit reden und vor allem über das, was wir meinen in den letzten Jahren so gelernt zu haben. Ich bin Lilos, ja, da oben ist auch ein Bild von mir zum Beweis. Ich mache mit Tim zusammen den Podcast Logbuch Netzpolitik, schreibe inzwischen unregelmäßig, früher regelmäßig bei Netzpolitik.org und ja, habe auch eine eigene Internetseite mal gemacht. Markus Bechtal ist wahrscheinlich sowieso jedem bekannt, betreibt das Blog Netzpolitik.org und hat den Verein Digitale Gesellschaft gegründet. Außerdem in der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft und im Medienboard Berlin-Brandenburg, aber das steht da gar nicht. Achso, und richtet die Republika aus. Ulf hat, glaube ich, ein bisschen Ahnung von Jura, denn er ist Richter am Landgericht Berlin mit Schwerpunkten Verfassungsrecht und Strafrecht und unter anderem auch im Verein aktiv. Unser Vortrag entgegen dem gedruckten Programm hat den Titel Netzaktivisten, ist das alles, was wir drauf haben? Das war ich. Ja, das war ich, das war ich. Ich habe den Titel des Talks geändert, nachdem das Programm gedruckt wurde. War ich. Und der Talk gliedert sich in fünf Thesen, welche wir meinen, erläutern zu müssen. Die erste These lautet, Netzpolitik ist nicht mehr das, was es mal war. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir müssen sexy werden. Wir sind die Medien. Und ohne Moos nichts los. Das Ganze ist geplant als eine subjektive Bestandsaufnahme mit einer gehörigen Portion Selbstkritik. Ich werde dann die Herren bei Gelegenheit daran erinnern. Netzpolitik ist nicht mehr das, was es einmal war, sondern mehr. Netzpolitik spielt heute inzwischen eine Rolle an jeder Stelle der Gesellschaft. Vor acht Jahren haben wir uns irgendwie mit ein bisschen Software-Patenten auseinandergesetzt. Das waren Themen, die haben keinen interessiert und die hat auch keiner so wirklich wahrgenommen. Die Leute, die dann die netzpolitischen Posten in ihren Parteien besetzt haben, haben lange Zeit wenig zu tun gehabt und sind jetzt im Prinzip in relativ angenehmen Positionen oder in relativ gefragten Positionen. Aber für einen Politiker als Karriere war Netzpolitik vor acht Jahren wahrscheinlich noch nicht so aussichtsreich. 2006 bis 2008, Thema Vorratsdatenspeicherung. Sie war zwar schon irgendwie 2005 im EU-Parlament entschieden, aber da hatte irgendwie gar keiner drauf geachtet. 2009 ging es langsam los mit Zensursolar. Wir merken, netzpolitische Belange können auf einmal in der Tagesschau landen, wenn ein paar Leute eine Petition mitzeichnen. Aber so wirklich verstanden hat es noch keiner. Jeder weiß, wir kämpften damals gegen die Kipo-Keule, gegen die wir eigentlich auch heute noch kämpfen. 2010 gab es den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Da gingen dann die ganzen Blocks aus in Deutschland. Und jetzt endlich sind wir in einer Zeit, wo netzpolitische Auseinandersetzungen mit dem SOPA, mit dem ACTA, mit dem PIPA vielleicht auch wirklich täglich in der Tagesschau landen und viele Menschen beschäftigen. Das heißt, wir haben einen sehr großen Relevanzbereich für die Gesellschaft inzwischen mit diesem Themengebiet. Man erkennt das, in Ägypten gibt es Facebook-Revolutionen. Facebook geht auch gleichzeitig an die Börse. Die Patentstreitereien von Apple zieren die heiße Titelzeilen. Also alles, was mit diesem ganzen Kram zu tun hat, ist immer wichtiger geworden. Leider aber, meine ich beobachten zu können, dass dieses freie und offene Internet sich in den letzten Jahren genauso mit dem Zunehmen seiner gesellschaftlichen Bedeutung sehr starken Zentralisierungstendenzen ausgesetzt gesehen hat. Das heißt, wir haben irgendwie so eine Winner-Takes-It-All-Geschichte. Und ich fand das sehr gut. Vor ein paar Wochen saß ich im Taxi und es wurde irgendwie über Google im Radio berichtet und der Taxifahrer sagte, der Facebook und der Google, die haben gewonnen bei Internet. Und der Mann hatte recht. Also die gesellschaftliche Revolution ist irgendwie ausgeblieben. Selbst in Ägypten, wo sie sich jetzt auch irgendwie wieder komisch benehmen. These zwei, wir müssen sexy bleiben oder werden. Wir stehen mit unseren netzpolitischen Belangen PR-Profis gegenüber. Das sind Firmen mit finanziellen Interessen. Und die haben natürlich auch relativ interessante Angebote. Ich würde hier ganz gerne mal das Bild der Umweltbewegung bemühen, was wir schon öfter in diesem Talk jetzt bemühen werden. Die Umweltbewegung hat irgendwie recht, aber es sind nervende Hippies mit Pferdedecken. Und die will eigentlich keiner. Die nehmen den Leuten den Spaß weg. Aber sie haben recht. Diese Falle gilt es zu vermeiden. Wenn wir uns als Aktivisten zum Beispiel für die Netzneutralität, wir kommen dann nachher im Detail zu, solchen Sachen gegenüber sehen. Ja, cool, eine Spotify-Flatrate bei T-Mobile. Was soll daran schlecht sein? Ja, ich habe mein Datenvolumen von ein paar Gigabyte, aber wenn es Spotify ist, ist es unbegrenzt. Die Konkurrenz wird ausgestochen, Traffic wird anders berechnet, je nachdem, wo er herkommt. T-Mobile bildet so langsam ein Kartell. Aber wir müssen als Netzaktivisten irgendwie erklären, warum das ein schlechtes Angebot ist. Da haben wir in Zukunft, werden wir da noch einige Schwierigkeiten haben. Andererseits müssen sich Nerds auch mal ein bisschen endlich um ihre UIs kümmern. Ja, also was benutzt deine Mutter? Ja, sie benutzt nicht RSS. Sie hat kein Android-Phone, was sie mithilfe der Free Software Foundation liberated hat und ruht auf ihrem eigenen Device ist, weil es ihr Gerät ist, sondern sie hat im Zweifelsfall ein iPhone oder ein Tablett. Und Fefe schreibt ja jeden Tag, warum das nicht so sein soll. Das heißt, wir müssen aufpassen, mit unseren Argumenten nicht in so eine Falle zu laufen, als uncool und anachronistisch und früher war alles besser zu gelten. Wie machen wir das? Wir brauchen also eine bessere PR. Ich habe den jungen Mann auch schon mal angeschrieben, ob der vielleicht nicht bei uns mal mitmachen möchte. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen mehr an popkulturellen Einflüssen bedienen. Wir brauchen stärkere Kampagnen-Tools. Avaas und Campeg zeigen uns, glaube ich, wie man das vormacht. Markus wird da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Wir müssen kompliziertere Sachverhalte sehr einfach runterbrechen. Wir haben, denke ich, in dem Ausmaß, wie das Internet die Gesellschaft verändert hat, hat nicht das Wissen über das Internet in der Gesellschaft zugenommen. So was wie Netzneutralität ist kompliziert zu erklären. Und wir müssen uns da langsam mal bemühen, bevor wir uns hier die Züge abfahren. Und wir müssen auch innovativ bleiben, weil wir gerade im letzten Jahr gemerkt haben, so was wie eine Petition, das ist irgendwie inzwischen ausgelutscht. Damit erreichen wir, glaube ich, nicht mehr so viele Ziele. Die Lehre, die wir daraus gezogen haben, grundsätzlich erstmal, ist, dass wir aus der Verteidigungsposition rauskommen wollen. Alles, was ich bis jetzt gezeigt habe, waren Themen, die auf der politischen Agenda standen. Eigentlich schon kurz davor waren, abgesegnet zu werden. Akta, Vorratsdatenspeicherung. Ja, das war alles schon auf EU-Ebene entschieden. Akta nicht, aber der Jugendmedien-Schutz-Staatsvertrag. Heißt, es stand alles schon in den Startlöchern. Und es hat sehr lange gedauert, bis dann im letzten Moment die Aktivisten aufschrien und einen riesen Tamtam gemacht haben und es noch irgendwie in der Regel auf den letzten Kracher, auf den letzten Drücker geschafft haben, das Blatt noch irgendwie zu ihren Gunsten zu wenden. Können nicht darauf zählen, dass es immer so bleibt. Deswegen lautet die nächste These, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn wir nicht wollen, dass wir nach jedem Akta noch ein Zepter kriegen oder wie das jetzt gerade wieder heißt, die neue Sau, die durchs Netzdorf getrieben wird, dann müssen wir da irgendwie mal eine, jetzt, wie schaffe ich das, den Satz ohne Endlösungen zu beenden? Eine endgültige Lösung, Herr Weichkön. Also proaktiv reingehen, Themen setzen und nicht defensiv. Ich übergebe an meinen geschätzten Freund Markus Becke da. Ach so, jetzt? Ja. Ja, Herr Linus hat es schon erzählt. Also Zensusula war Reaktionismus, Akta war Reaktionismus. Akta war so ein klassisches Thema. Seit 2008 gab es immer wieder so kurze Wellen an öffentlichem Interesse. Die hielten dann meistens so zwei Tage, immer wenn Neuer League auf Wikileaks stand. Sie alle tierisch drüber aufgeregt, aber eigentlich hat sich keiner wirklich darum gekümmert. Und ich weiß noch, wir saßen vor einem Jahr im BCC, jetzt nicht gerade hier um die Ecke, aber auf einer ähnlichen Veranstaltung und haben dann zwischen Weihnachten und Neujahr uns überlegt, wie können wir noch Akta verhindern? Und so die üblichen 20 Verdächtigen aus Europa saßen da zusammen und wir waren ziemlich deprimiert, weil vier Jahre lang dagegen gekämpft, wie gegen Windmühlen, hat kein Schwein interessiert. Und wir hatten eigentlich schon fast aufgegeben, wir wollten trotzdem kämpfen, aber auf einmal kommt so eine Welle, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben, was ja so eine Verkettung glücklicher Umstände war, so, ne? Sofa, Pipa, Polen, die rumhüpfen und so weiter und dann Akta in Deutschland, so, dass wir da eigentlich ganz glücklich waren, dass wir jahrelang was vorbereitet haben, um darauf aufbauen zu können, weil als in Polen die ganzen Protestler hüpften, riefen bei uns die Journalisten an und wir konnten ihnen Argumente liefern. Also das war ausnahmsweise mal etwas, wo wir eigentlich drauf vorbereitet waren, hat aber keinen interessiert und dann irgendwann hat es die Leute interessiert und dann konnten wir was aus der Schublade rausholen. Aber sowas wie Akta passiert halt auch nicht immer. Also wir wollen auch dann, die beste Frage war jedes Mal, als Akta dann Geschichte war, klappt das jetzt jedes Mal? Wir so, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht so, Glück gehabt. Aber das kann man natürlich auch nicht, das kann aber keine Strategie für die Zukunft sein, darauf hoffen, dass wir nochmal so ein großes Glück haben, weil die ganzen letzten Jahre hatten wir nie so ein Glück. Deswegen, Angriff ist die beste Verteidigung. An einem Beispiel zeigen wir das mal, wo wir es versuchen, mit unseren improvisierten Ressourcen das Ganze anzugehen und zwar das Thema Netzneutralität. Netzneutralität ist ein Thema, meiner Meinung nach, damit das wichtigste Thema der nächsten Jahre. Da werden jetzt gerade vollendete Tatsachen von Telcos gemacht. Irgendjemand hat Devian installiert. Hallo. Also ich sehe ja was, aber ihr nicht. Das ist aber nicht unser Rechner. Was müssen wir tun? Ja, jetzt geht mal einer nach Hause. Diese Inhalte werden gesperrt. Tolle Technik. Jetzt wird erstmal jemand angerufen. Also ich kann auch einfach weitererzählen. Also Netzneutralität, kompliziertes Thema. Der Running Gag ist bei Journalisten, ja, ist ein wichtiges Thema, aber in 80 Zeilen, also vor allem Zeitungsjournalisten denken immer so in 80 Zeilen, so viel haben sie Zeit, um über so ein Thema wie Internet zu berichten, kriegen sie Netzneutralität nicht erklärt. Also es ist eigentlich unsere Aufgabe herauszufinden, wie können wir das Thema so verpacken, dass wir halt auf die Problematik hinweisen können, die da ist, dass halt auf einmal Telcos vollendete Tatsachen schaffen. Teilweise mit Hilfe von Techies, weil, naja, es macht ja aus technischer Sicht manchmal Sinn, irgendwie Netzwerkmanagement zu machen, wenn man alles politisch so ausblendet. Und die BWLer träumen auch die ganze Zeit davon, was man da für tolle Geschäftsmodelle machen kann. Aber eigentlich geht es bei Netzneutralität um Meinungsfreiheit. Und das ist eigentlich die Grundlage für ein offenes Netz. Also wie verpacken wir das Ganze? Netzneutralität wird immer gesagt, im Moment von der Politik, das regelt der Markt. Dort wird es schon laufen. Also wenn die ganzen Techies und BWLer sich zusammensetzen, kriegen wir ganz viel Netzneutralität raus. Dann haben wir die Politik, die dann wie in Form von Frau Merkel uns erzählt, es darf kein Zweiklassennetz geben und so weiter. Ganz wichtig, Netzneutralität halten wir ganz hoch und die Realität sieht dann so aus. Wir haben dann mal als Beispiel Vodafone herausgepickt. Man könnte genauso gut bei der Deutschen Telekom verschiedene Tarife herausnehmen. Bei Vodafone haben wir zum Beispiel die Superflat Internet. Stellt man sich vor, ist total super, also abgesehen von den 200 Megabit Guthaben, die halt nach einem Film herunterladen, mal kurz aufgebraucht sind, hat man dort kein Voice-of-IP, man hat kein Tethering, man hat kein Peer-to-Peer, man hat eigentlich alles, was Spaß macht, ist verboten. Weiß aber keiner, weil jeder denkt halt, superflat Internet, da ist auch Internet drin. Dass halt die Hälfte des Internets abgeschaltet ist, steht irgendwo im Kleingedruckten. Noch besser sind halt die anderen Tarife, so mit Bestleistung alles bedenken, muss nutzen, da denkt man halt, da kann man auch alles nutzen. Im Kleingedruckten steht halt, Peer-to-Peer ist verboten. Die spannende Frage ist dabei noch, was ist Peer-to-Peer-Kommunikation? Guckt man sich auf vodafone.de um, findet man heraus, das ist eine Computer-zu-Computer-Verbindung. Also eigentlich ist das Wort Internet schon falsch, weil man kann gar nicht, oder man darf eigentlich gar nicht ins Internet gehen, bei diesem Tarif. Noch besser ist halt der Alleskönner unter den Tarifen, Vodafone Red Premium. Da hat man zwar 10 Gigabyte, aber naja, ist halt auch Internet verboten, weil Peer-to-Peer ist irgendwo im Kleingedruckten untersagt. Also wir haben halt hier die Situation, Politiker sagen immer das Mantra, Transparenz ist super, wir haben total die transparente Sache. Dann sitzt man dann in irgendwelchen Anhörungen im Bundeswirtschaftsministerium mit den ganzen Lobbyisten zusammen und weist halt darauf hin, dass Transparenz irgendwo im Kleingedruckten für unsere Eltern nicht verständlich ausgedrückt wird. Und dann meldet sich dann der Vodafone-Lobbyist und sagt, also zu viel Transparenz verwirrt nur die Konsumenten. Da sollten wir aber alles auch nicht machen. Also wir haben halt die Herausforderung, Politik sagt, löst sich schon alles. Keiner interessiert es, keiner weiß, dass es ein Thema sein müsste. Und wie kriegen wir jetzt das Ziel hin, eine gesetzliche Festschreibung und Durchsetzung der Netzneutralität zu erreichen? Wie es die Holländer geschafft haben, zwar mit einem Gesetz, was ein paar Lücken hat und was nochmal verbessert werden könnte. Aber neben Schiele gibt es bisher erst in Holland eine Gesetzgebung, die die Netzneutralität ernst nimmt. Wir gehen das an auf verschiedenen Wege. Wir haben uns erstmal lange überlegt, wie können wir das Wort Netzneutralität irgendwie anders ausdrücken, weil unter Netzneutralität versteht erstmal kaum einer was. Vor allem, wenn man Netzneutralität in so Google News eingibt, kriegt man dann auch ab und zu irgendwelche anderen Branchen, wo es auch Netzneutralität gibt, von Stromversorgung bis sonst irgendwas mitgeteilt. Also es ist sehr schwierig. Dann, wenn man halt Telekom-Lobbyisten fragt, die haben eine ganz andere Definition von Netzneutralität. Die sagen natürlich auch, sie meinen natürlich auch und wollen Netzneutralität, aber wir meinen was ganz anderes. Also wir haben uns überlegt, wir reden vom echten Netz. Und ein echtes Netz ist, wo es das End-to-End-Prinzip funktioniert. Also wo das End-to-End-Prinzip möglich ist, dass wir mit jedem Device, mit jeder Software entscheiden können, mit wem wir über das Netz kommunizieren können, ohne dass jemand in der Mitte sagt, nö, das geht jetzt aber nicht. Unter echtesnetz.de bauen wir immer weiter eine Informationsplattform auf. Wir haben da auch für die Dummies irgendwie nochmal schön erklärt, wie sich BWLer so die Netzneutralität vorstellen, wo es dann so super-duper-Pakete gibt, wie super Internetflat. Nochmal so schön plastisch erklärt. Wir haben mittlerweile auch eine 32-seitige Broschüre Netzneutralität für Einsteiger und Politiker, wo halt mal so die ganzen Argumente erklärt wird, wo halt einfach mal versucht wird, in einem so noch nicht in deutscher Sprache umfassenden Werk einfach mal die ganze Debatte zu erklären. Hier haben wir allerdings noch das Problem, die Broschüre ist fertig, könnt ihr runterladen, könnt ihr weiter verteilen, könnt ihr remixen und so weiter. Wir würden sie nur gerne drucken. Und dann haben wir schon mehrfach aufgerufen, dass wir halt Geld dafür für den Druck brauchen, haben aber leider bisher, glaube ich, erst 200 Euro bekommen. Wir brauchen ein bisschen mehr, weil wenn wir da allein 2500 Stück von drucken wollen, um sie an Multiplikatoren zu verteilen. Multiplikatoren sind in der Regel ältere Menschen, denen kann man nicht einfach mal eine E-Mail schicken und so weiter. Die muss man mal in die Hand drücken, Politiker und so weiter. Dann würden wir uns freuen, wenn da noch ein bisschen mehr Geld reinkommen würde. Dann dachten wir uns, okay, eigentlich müssen wir noch ein bisschen weitergehen. So Informationsmaterialien sind ja gut und schön, aber das ist dann auch relativ häufig Preaching to the Converted. Wir haben uns halt gedacht, was würde Greenpeace tun? Also wie geht halt Greenpeace an so Kampagnen heran? Ninos hat es öfter schon erwähnt, Umweltbewegungen. Ich glaube, wir können eine ganze Menge lernen von anderen sozialen Bewegungen, die einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Wir wissen halt dafür ein bisschen besser, wie man mit dem Netz umgehen kann, aber die haben halt ein bisschen mehr Ahnung von Campaigning. Greenpeace geht halt immer heran und pickt sich einen Player heraus. Wenn wir jetzt sagen, Netzneutralität, alle Telcos sind böse, sagen halt alle, ja, ja, ist halt so. Wenn man sich aber dann einen Player stellvertretend für alle anderen herauspickt, kann man das Ganze personalisieren, kann man das Ganze viel besser kommunizieren. Und wir dachten uns dann, okay, wir haben halt zwei zur Auswahl, die evil sind. Die anderen, also es gibt halt auch noch O2 und E+, aber die sind nicht ganz so evil und vor allem funktionieren sie nirgendwo. Also hatten wir halt vor dem Problem Deutschen Telekom und Vodafone. Es ist schwierig, sich auszusuchen, wer ist jetzt noch böser. Aber so schwierig war es dann auch nicht mehr, weil wir dachten, okay, Vodafone hat gewonnen. Ägypten war es eine Sache. Ausschlaggebend war auch noch damals bei Zensursula war Vodafone eigentlich der Erste, der sofort hier gerufen hat, als es darum ging, diese Zensurinfrastruktur einzuführen. Also Vodafone. Wir haben uns dann überlegt, wir machen eine Kampagne, die Freiheit nehme ich dir. Haben dazu aufgerufen. Oder diese Kampagne hatte verschiedene Mittel. Also vor allen Dingen ein Mittel war erstmal so halbesnetz.de, wo die Vorteile, wenn das Ganze oder die Hälfte des Internets irgendwie kaputt ist und es trotzdem als Internet super duper flat irgendwie verkauft wird, zu erklären. Auch schön mit Katzen für Leute, die halt so mit Technik nichts am Hut haben. Und so weiter. Neue Zielgruppen erreichen. Aber dort kann man sich halt informieren, dass halt Voice of IP man auch nicht unbedingt benötigt, es sei denn, man möchte skypen und so weiter. Und das mit Instant Messaging ist auch super. Aber allein schon die Frage, ob der Facebook-Chat jetzt auch schon verboten ist, hat uns auch ein bisschen überfordert. Aber da kann man sich informieren und wenn man halt seine Meinung sagen möchte, kann man das auf dem Vodafone Remixer unter vodafone.digitalegesellschaft.de da haben wir dann Werbematerialien von Vodafone genommen. Man möchte es ja nicht meinen, aber diese ganzen Grafiken im Hintergrund, das ist tatsächlich alles Vodafone Werbung. Aber bei uns konnte man dann halt irgendwie seine eigenen Slogans mit die Freiheit nehme ich dir darunter reinbauen. Wir haben bis heute knapp 950 Remixe bekommen. Das ist ganz einfach. Also wenn ihr gerade ein Device habt, dann geht mal hin. Wir wollen nämlich über 1000 noch schaffen. Sonst, ja, also mit Netzpolitik kamen 500, dann hat Fefe noch mal drauf verlinkt, dann waren 700 so, dann kam die Computerbild, aber wir hängen jetzt seit einer Woche an 950. Also entweder jetzt oder geht nach Hause. Also wenn jeder jetzt seinen eigenen Remix macht, dann kommen wir auf die über 1000. Und das freut alle. Vor allem kann man die schnell noch weiter verteilen über alle sozialen Medien. Das freut vor allem auch das Social Media Monitoring von Vodafone und so weiter. Auf jeden Fall, wie sieht das dann aus? Ja, das war halt so eine. Ja, Kinder, das ist eine Sache, Torte mit Blattgold. Also man fragt, ich weiß gar nicht, was so die Originalwerbung war. Das ist so skurril. Oder das lädt natürlich auch dazu ein, so einfach eine Werbung zu machen. Möchte ich auch mal wissen, wie das Original war. Oder das hier. Ja, das alles und noch viel mehr filtern wir raus bei Vodafail. Da hat sich einer noch mal irgendwie sehr kreativ dran geäußert. Und die besten Sachen findet man dann alle irgendwie auf Vodafail.tumblr.com. Da haben wir dann auch noch eine Route dazu. Das ist die eine Sache. Also Vodafone, Netzneutralität, versuchen besser zu verpacken. Wir haben ja noch tausend weitere Ideen. Das scheitert aber am meisten daran, dass uns irgendwie die Zeit fehlt oder Geldressourcen und so weiter. Aber Netzneutralität ist gekommen, um hier zu bleiben. Hoffen wir natürlich. Die Kampagne bleibt auf jeden Fall hier. Und wir werden halt weiter versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir gerade dabei sind, ein offenes Netz zu verlieren, wenn wir hier nicht darauf achten. Angriff ist die beste Verteidigung. An einem anderen Beispiel erklärt, gebe ich mal weiter an unseren Ulf. Ja, herzlichen Dank. Jetzt kommt der harte Jurateil. Vorwarnung. Nein, ich wollte ganz kurz vorstellen, was wir uns überlegt haben zum Thema WLAN-Störerhaftung. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben da vor ein paar Monaten einen Gesetzentwurf vorgestellt. Und auch das ist aus unserer Sicht ein schönes Beispiel, wie man angreifen kann. In diesem Fall vielleicht nicht ganz so knackig, dafür aber sehr praxisorientiert und mit konkreten Beispielen. Flanken fangen wir ganz kurz vorne an. Störerhaftung im WLAN. Was ist eigentlich das Problem? Stichwort Haftung. Das ist ein etwas sperriger Begriff. Und es gibt ganz viele hässliche Einzelheiten im Alltagsleben, die unter das Stichwort Haftung fallen. Strafrechtlich. Man kann also angeklagt werden. Zivilrechtlich. Man kann Schadensatz zahlen. Oder, worum es im Bereich der Störerhaftung vor allem geht, man kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Das heißt, jemand kann sagen, hör zu, du hast meine Rechte verletzt und ich möchte, dass du damit aufhörst. Ganz banal. Das versteht man unter Unterlassung. Das Problem bei der Unterlassung ist, Aufforderung, ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen, Gegenstück zur Mahnung. Und worum geht es eigentlich bei den WLANs? Haftung für Unterlassen. Nicht das Unterlassen der eigenen Nutzung. In aller Regel geht es gar nicht darum, dass der WLAN-Betreiber selber irgendwas falsch gemacht hat, sondern wer ein offenes WLAN betreibt, zum Beispiel im Café, der Ansgar Oberholz, im Oberholz in Berlin, hat da öfter mal drüber geblockt. Wer ein Café betreibt und ein WLAN betreibt für die Leute, die da ihren Kaffee trinken, der bekommt Probleme, sobald über dieses WLAN zum Beispiel irgendein Film runtergeladen wird und ein Rechteinhaber seine Anwälte auf dieses Beispiel ansetzt. Also Haftung unterlassen. Unterlassen. Derjenige, der das WLAN betreibt, soll nicht mehr daran mitwirken, dass jemand über sein WLAN zum Beispiel Filesherber betreiben kann. Worum geht es aber im Detail bei den Abmahnungen? Das Problem ist nicht der Schadensersatz, der ist meistens gar nicht so wahnsinnig hoch, sondern es geht vor allem um die Anwaltskosten, die sich nach dem Streitwert richten. Das heißt also, das kennen wir alle aus der Presse, je nachdem, wie viele Abmahnungen man so bekommt und um wie viele zum Beispiel Musikstücke es geht, sind da also schnell Beträge von einigen Tausend Euro erreicht. So, jetzt stellt sich aber die Frage, ist denn das eigentlich alles so korrekt mit den Abmahnungen im WLAN? Denn eigentlich ist ja jemand, der ein WLAN für die Öffentlichkeit oder jedenfalls für die Leute in seinem Café betreibt, so etwas Ähnliches wie ein Provider. So wie die Telekom zum Beispiel WLANs betreibt, Telekom.de, kann man sich einloggen, kann man darüber surfen, wenn man bezahlt. Genauso macht das ja im Grunde auch der Betreiber in einem Café. Und die Telekom zum Beispiel wird, soweit man hört, nicht abgemahnt. Jedenfalls nicht, weil Leute über Telekom-Anschlüsse, DSL-Anschlüsse, Telekom-WLAN-Anschlüsse irgendwelche Filme getauscht haben. Das wird sicher vorkommen, aber die Telekom wird nicht abgemahnt. Und dafür gibt es einen relativ einfachen rechtlichen Grund, nämlich eine besondere Regelung im Telemediengesetz. Das ist Paragraf 8 Absatz 1. Der Text ist jetzt, sehe ich gerade, ein bisschen zu klein. Deswegen sage ich einfach mal im Kern, was drinsteht. Auf Deutsch steht da nämlich, Provider sind nicht dafür verantwortlich, was Leute über ihre Netze tun, solange sie die Informationen nur durchleiten und die Informationen nicht selber in irgendeiner Weise verarbeiten. Also, wenn sie die Übermittlungen nicht veranlasst haben, die Adressaten nicht ausgewählt haben und die Informationen nicht verändert haben. Also, was die Amerikaner so die sogenannten Dump Pipes nennen. Also Leute, die nur Informationen anderer durchleiten, sind nicht dafür verantwortlich. Das macht auch eigentlich Sinn, dass eine Regelung, die in den 90er Jahren mal ausgedacht wurde, ursprünglich dann in der E-Commerce-Richtlinie der Europäischen Union geregelt wurde, weil es einfach klar war, wenn wir das Internet aufbauen wollen, wenn das zum Beispiel auch ein Wettbewerbsraum und ein Kommunikationsraum werden soll, dann kann es nicht sein, dass Provider dafür haften, was andere Leute über ihre Netze tun. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Was ist denn eigentlich ein Diensteanbieter? Das ist ein etwas sperriger Begriff. Da kann man, dafür gibt es aber eine Definition in diesem Telemediengesetz. Jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt. Natürliche oder juristische Person von Provider oder von Zugangsvermittlung gegen Geld steht ja zunächst mal nichts. So, wenn man sich das mal überlegt, dann kommt man doch eigentlich auf den Gedanken, das passt doch nicht nur auf die Telekom. Das passt doch genauso gut auf Ansgar Oberholz. Das passt aber auch genauso gut auf jeden von uns, der zum Beispiel bei irgendeinem Freifunk mitmacht und da ein WLAN zur Verfügung stellt. Das würde aber auch für jeden passen, der ganz privat einfach sagt, okay, ich habe einen schnellen Internetzugang, ich nutze den sowieso nicht komplett aus oder ich begrenze zum Beispiel die Bandbreite und über diese begrenzte Bandbreite öffne ich dann das WLAN für alle. Viele Router ermöglichen ja mittlerweile schon virtuelle WLANs. Da kann man dann einfach einen WLAN für die Öffentlichkeit freischalten. Könnte man tun und eigentlich würde man denken, dass man nach diesem 8 Absatz 1 Telemediengesetz genauso wenig wie die Telekom haften müsste. Klar, eigentlich, dachten wir alle. Dann kam der BGH, der hat im Jahr 2010 mal einen Fall zu entscheiden gehabt, wo es um die Haftung ging für ein WLAN in München, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Eine ältere Dame hatte ein WLAN zwar sogar verschlüsselt, aber wohl anscheinend so schlecht irgendwie mit WEP wahrscheinlich nur, dass jemand es geschafft hat, darüber zu surfen. Die näheren Details waren auch gar nicht so richtig aufklärbar und da hat sich der BGH mal ausführlich mit der Frage beschäftigt, wie es denn so ist mit der Haftungsprivilegierung, so sagt der Jurist zu diesem 8 Absatz 1 Telemediengesetz, mit der Haftungsprivilegierung im WLAN. Und der BGH hat zum einen mal entschieden, wenn man einen WLAN zur Verfügung stellt, dann schafft man damit quasi eine Gefahr, dass Rechte anderer verletzt werden. Das klingt so negativ, aber das ist halt so quasi die Formulierung der Juristen dafür, dass es ohne dieses WLAN natürlich nicht geht. Irgendeinen Zugang zum Internet braucht man, wenn man Filesharing betreiben will. Und wer also ein solches WLAN zur Verfügung stellt, der ermöglicht es, anderen Leuten viele, viele gute Dinge zu tun, aber eben auch Rechte zu verletzen. Und deswegen ist er aus juristischer Sicht zunächst mal Störer. Also der ist ebenfalls verantwortlich, wenn über sein Netz zum Beispiel Filesharing betrieben wird und damit Urheberrechte verletzt wird. Soweit so gut. Dann fragt man sich aber, wenn das denn im Prinzip so ist, kann man sich drüber streiten, aber das leuchtet vielleicht noch irgendwie ein, gilt denn dann nicht dieser 8 Absatz 1, der ja zum Beispiel die Telekom von der Haftung freistellen würde. Genau, genau, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Genau, was ist denn mit 8 Absatz 1 TMG? Danach sollen doch eigentlich Zugangsanbieter nicht haften. Hat sich der BGH eigentlich nicht mit beschäftigt. Der BGH prüft stattdessen schräge Dinge. Der BGH sagt, es gelten nicht die Haftungsprivilegien nach 10 TMG. 10 TMG sind aber eigentlich die Haftungsprivilegien für Host Provider. Das heißt, der BGH fragt sich, wer so ein WLAN anbietet, ist der nicht eigentlich sowas wie ein Host Provider und kommt dann völlig überraschend zum Ergebnis, nö. Und deswegen gelten auch nicht die Haftungsvorteile, die man als Host Provider hat. Okay, kann ja mal passieren, die Bundesrichter sind jetzt ja alle keine Internetfreaks, kann ja mal passieren, dass die quasi den falschen Paragrafen erwischen, aber sie werden doch sicherlich auch den Acht geprüft haben, oder? Host Provider, nicht Access Provider. Richtig. Der BGH übersieht den Acht TMG. Das muss man sich mal vorstellen. Da sitzen also fünf hochbezahlte Bundesrichter, verdienen alle etwa das Fünffache von mir und haben außerdem, das heißt, sie müssen mindestens fünfmal so schlau sein und außerdem haben die noch eine ganze Reihe wissenschaftliche Mitarbeiter und trotzdem finden sie den Paragrafen Acht TMG nicht, der nur zwei Zahlen vor dem Zehn steht, der offensichtlich nicht passt. Gut, ich will das nicht kommentieren, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eigentlich nicht so richtig nachvollziehbar ist, wieso der BGH nicht die passende Haftungs-Privilegierungsnormen nämlich für Zugangsanbieter gefunden hat, wenn er schon im TMG nachgeschaut hat und dort die Norm immerhin für die Host Provider gefunden hat. Ist mir persönlich nicht erklärlich, aber letzten Endes hilft ja nur eins, wenn der BGH die passenden Normen im Gesetz nicht findet, dann muss das Gesetz eben klarer werden. Und an dieser Stelle kommt die DigiGas ins Spiel. In der Politik wurde in letzter Zeit relativ viel darüber diskutiert, Störerhaftung, WLAN-Haftung hat viele Leute gestört und der eine oder andere Politiker hat sich auch überlegt, das wäre eine gute Idee, da mal Abhilfe zu schaffen. Wir hatten allerdings den Eindruck gewonnen, dass ja niemand so richtig das Problem auf den Punkt gebracht hat. Also das Problem Störerhaftung schon, aber die rechtliche Grundlage, dass der BGH nämlich die passende Norm im TMG übersehen hat bei seiner Prüfung, dieses Problem hat eigentlich niemand so richtig benannt. Da haben wir uns überlegt, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, dafür zu sorgen, dass dieser Acht auch angewandt wird, dieser Acht TMG auf diese WLAN-Fälle. Was haben wir also gemacht? Wir haben im Grunde einen Vorschlag gemacht, den Acht TMG zu ergänzen, um zwei Absätze, nämlich drei und vier. Wenn der Absatz 1 die Verantwortlichkeit regelt, also genau genommen die Nichtverantwortlichkeit der Zugangseinbieter, dann muss man einfach dafür sorgen, dass ganz klar wird, dass auch die WLANs da drunter fallen. Haben wir also vorgeschlagen, Absatz 3, der Ausschluss der Verantwortlichkeit nach Absatz 1, umfasst auch gewerbliche, Telekom, und nicht gewerbliche, Ansgar Oberholz weiß man nicht so richtig, vielleicht ist er eher noch gewerblich, weil Kaffee, aber nicht gewerblich, jedenfalls die Freifunker. Betreiber von Funknetzwerken, die sich an einen nicht im Voraus namentlich bestimmten Nutzerkreis richten. Öffentliche Funknetzwerke, denn, warum haben wir das reingeschrieben mit den nicht im Voraus namentlich bestimmt? Ganz einfach, wir wollen ja nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, in Zukunft die Haftungsfreistellung daran zu knüpfen, dass man seinen Personalausweis vorzeigen muss. Alles so Gedanken, die im politischen Feld schon mal eine Rolle gespielt haben, aber selbstverständlich wollen wir keine Vorabregistrierung der Nutzer, denn sonst würde dieses ganze Gesetzesvorhaben aus Sicht der Internetnutzer ja eher ein Eigentor, wenn auf diese Art und Weise eine Art Vorratsdatenspeicherung im WLAN eingeführt würde. So, und dann Absatz 4, damit auch das noch klar wird, in der Juristerei gab es hier und da mal Streit darüber, ob diese Haftungsprivilegierung aus 8 Absatz 1 überhaupt für Unterlassungsansprüche gilt. Für die Telekom wird sie offensichtlich so angewandt, aber damit dann niemand auf den Gedanken kommt, der Absatz 3 jedenfalls gilt, aber nicht für Unterlassungen, also Abmahnungen, haben wir uns noch überlegt, schreiben wir auch das Sicherheitshaber nochmal rein, damit der BGHN da nicht irgendwie ins Schleudern kommt. Der Ausschluss der Verantwortlichkeit Absatz 1 umfasst auch Ansprüche auf Unterlassung. Das ist immer so ein bisschen betreutes Jura, muss man schon ganz klar sagen. Aber, aber wir haben ja so unsere Erfahrungen mit den Bundesrichtern und man wird das Gefühl nicht los, es ist zu hart, aber man könnte auf den Gedanken kommen, dass die Entscheidung Sommer unseres Lebens von 2010 Interessen geleitet sein könnte. Und weil das so ist, wollen wir auf diese Art und Weise sicherstellen, dass die Regelung wasserdicht ist, damit also nicht Sommer unseres Lebens 2 uns dann irgendwann ins Stammbuch schreibt, dass die ganze Regelung umsonst war. Ja, was passiert damit? Die Diegegesse ist nicht der Bundestag, bitte kopieren Sie jetzt. Wir haben diesen Gesetzentwurf quasi für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und alle politischen Akteure im Bundestag, im Bundesrat eingeladen, diesen Gesetzentwurf gnadenlos zu kopieren. Wir haben gemerkt, dass einige Parteien den aufgegriffen haben. Die SPD zum Beispiel hat ja gerade auch hier in Hamburg mit den Berliner Genossen zusammen einen Vorschlag gemacht. Leider konnten sie sich noch nicht dazu durchringen, einfach den Gesetzestext zu übernehmen oder darauf zu verweisen, aber sie haben immerhin einen Prüfauftrag an die Bundesregierung formuliert und die Bundesregierung zum Beispiel könnte sich daran jetzt orientieren. Ich weiß informell aus dem Justizministerium, dass der Text für sehr gut befunden wird, also technisch quasi, juristisch das sehr sauber gearbeitet. Die Frage ist natürlich, ob man das will. Also möglicherweise haben ja auch die Rechteinhaber da Aktien im Spiel und finden das vielleicht nicht ganz so gut. Letzten Endes, genau, das ist unsere Zusammenfassung. Wir haben einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht oder wir haben ihn vorgeschlagen und die Linke hat ihn jetzt im Bundestag auf den Weg gebracht. Vielen Dank dafür. Auch nochmal von dieser Stelle, die Fraktion der Linke hat es intensiv sich angesehen und eingebracht und wir hoffen jetzt, dass dieser Gesetzentwurf die politische Debatte weiter beeinflussen wird. Wir schauen mal. Wie gesagt, Copy and Paste ist weiter sehr erwünscht. Vielen Dank. Die nächste These. Wir sind die Medien und wir sollten uns auch so benehmen. Es geht mir bei dieser These ein bisschen darum, dass wir sehr häufig, wie man so schön sagt, dem Chor predigen. Das heißt, die Leute, die ohnehin schon wissen, dass das, was wir sagen, richtig ist. Und ja, also Netzpolitik, Org, Kata, Fefe, was auch immer für einen Blog man liest, da sind in der Regel Leute unter den Lesern, denen man das jetzt vielleicht auch gar nicht mehr erklären muss. Die muss man gar nicht mehr auf Linie bringen. Was wir wollen, ist natürlich irgendwie im Mainstream auch so eine Art Kommunikationshoheit erlangen und ein bisschen halten. Und ich denke, was wir dafür in Zukunft machen müssen, ist eben einmal ein bisschen mehr in die Richtung jener arbeiten, für die unsere Thesen oder unsere politischen Vorstellungen sich noch nicht so ganz erschließen, den noch ein bisschen weiter erklären und eventuell auch eigene Infrastrukturen für Kampagnen aufbauen. Dazu habe ich ein Beispiel rausgesucht und zwar die ACTA-Sache. ACTA, wie ich schon eingangs sagte, es schien eigentlich wirklich so zu sein, als könnten wir das Ding echt nicht mehr umkehren. Und es war eine plötzliche Überraschung, dass wirklich europaweit und weltweit dieser Protest dann aufbrandete. Und es stellte dann der, ich glaube, Geschäftsführer des Bitkom fest. ACTA ist in Deutschland an vielleicht 50 bis 100 Leuten gescheitert, die sich erfolgreich als netzpolitische Experten positioniert haben, sehr effizient online kommunizieren und darüber die öffentliche Meinung in ihre Richtung lenken können. Ich denke, das ist erst mal zutreffend, was er sagt. Und das ist auch sonst nicht anders. Es ist nur in diesem Fall so, dass es jetzt den Leuten vorgeworfen wird, sich politisch einzubringen. Also ich denke nicht, dass andere Gesetzesentscheidungen wirklich mehr oder politische Richtungsentscheidungen wirklich von mehr als 100 Leuten getroffen werden. Die Frage ist, wenn man so ein Lob bekommt, dann weiß man, man hat auf jeden Fall was richtig gemacht. Die Frage ist, was? Wobei man sagen muss, das ist ja kein Lob, das ist ja eher so ein Menno, die machen das jetzt auch. Also insofern, Bitkom war bisher immer gewöhnt, dass sie halt die 50 bis 100 Lobbyisten haben, die halt dann mal einfach Gesetze in der Netzpolitik irgendwie durchbringen können, egal um was es geht. Und auf einmal kommen dann halt die anderen an, also nur das Volk, also wir sozusagen. Aber es zeigt halt auch ganz gut den Status Quo und die Frage ist, können wir diesen Status Quo halten? Also wir haben in den letzten Jahren sehr erfolgreich verschiedenste Knotenpunkte im Netz aufgebaut. Wir sind noch in der Lage, sehr schnell und effektiv online zu kommunizieren und Informationen weiterzutragen. Aber kann auch ganz klar sagen, also die Gegenseite, die guckt nicht länger nur zu. Die versuchen das jetzt auch. Die sind dann noch ein bisschen holprig, sind da jetzt noch nicht so ganz erfahren, aber die haben einfach mal einen Haufen Kohle, können einen Haufen Leute einstellen und irgendwann haben die einfach mal so viele Ressourcen, dass sie einfach besser eventuell mit den Medien spielen können. Insofern ist halt die Frage, schaffen wir es, diesen Status Quo noch auszubauen? Da gibt es halt die unterschiedlichsten Strategien. Ein Teil bei ACTA war halt eine Petition, die halt parallel lief. Avaas, eine Plattform, da kann man, die machen halt Petitionen, hatte zum richtigen Zeitpunkt eigentlich aus unserer Sicht so einen billigen Text online gestellt. Also rechts oben ist dieser Petitionstext. So etwas hätten wir uns nie getraut, als Petitionen online zu stellen. Hatten sie aber online und dann als alle irgendwie aufgeregt, wie Hühner durch die Gegend liefen, ACTA, böse Zensur, wir müssen was tun, haben alle irgendwie gesagt, da schreibt diese Petition. Avaas hatte dann innerhalb von so einem Monat weltweit rund 2,8 oder 2,8 Millionen Unterzeichner. Das war natürlich, Avaas hat das gemacht, weil sie kurz vorher, einen Monat vorher, Sopa Pieper, eine Petition mit 3,5 Millionen Mitzeichnern weltweit gemacht haben. Und eigentlich war die Aufgabe von Avaas oder alles, was sie getan haben, ist, wir haben drei Mal so eine Kampagnenplattform, schicken E-Mails raus und hatten da so einen Text. Und allein aus Deutschland sollen eine Million Menschen mitgezeichnet haben, also die ganzen YouTube Kids, die halt irgendwie über ACTA in ihren Kanälen aufgeklärt haben, haben dann alle ihre Zuschauer irgendwie zu Avaas geschickt, weil sie wussten nicht, wo sollen wir die sonst hinschicken, damit sie was tun können. Und das Schockierendste an dieser ganzen Sache war, also erstmal war ja ganz nett, dass da so eine Petition mitläuft. Das beeindruckt dann manchmal irgendwie Politiker, die dann denken, naja, das ist doch ein Thema. Dann gehen die Leute auch noch auf die Straße. Aber Avaas hat von diesen eine Million Unterschriften aus Deutschland 400.000 Euro Spenden eingesammelt für ACTA-Proteste. Die sind aber nicht bei ACTA-Protesten angekommen, die sind bei Avaas angekommen. Und das ist ein großes Problem. Ich glaube, Ott von Bits of Freedom hat gestern in seinem Vortrag auch schon oder heute Morgen auch schon darüber geredet, dass halt hier quasi Avaas so dritt als Trittbrettfahrer drauf aufgesprungen ist, mit eigentlich so gut wie keiner Tätigkeit, außer sie haben halt so die passende Kampagnenplattform, die wir nicht haben und haben halt so als Trittbrettfahrer Unmengen E-Mail-Adressen und halt Unmengen Kohle mitgenommen, die aber uns als Bewegung überhaupt nichts gebracht haben. Also keine Ahnung, was Avaas jetzt damit macht so, aber bei ACTA ist es nicht angekommen. Aber ich möchte trotzdem sagen, Petitionen zum richtigen Zeitpunkt können über die richtigen Tools trotzdem so als Mitlaufeffekt ganz gut funktionieren, weil da draußen gibt es halt ganz viele, die werden sich nicht politisch engagieren, aber wenn sie mal kurz irgendwie motiviert werden, was zu tun, dann unterzeichnen sie wenigstens eine Petition. Wir haben nur immer das Problem, dass in Deutschland vor allen in den letzten Jahren seit dieser Zensursäuler-Petition, die mal zum richtigen Zeitpunkt kam und von ganz vielen Leuten im richtigen Moment unterzeichnet worden waren, wo man ein politisches Momentum geschafft hat, wo dann man auch was verändert hat, denken alle, wir brauchen jetzt eine Bundestags-Petition und das ist totale Schwachsinn. Das hat sich letztendlich bei der Leistungsschutzrechts-Petition der Piratenpartei gezeigt, die kam zum falschen Zeitpunkt, die war schlecht formuliert, alle sind dann draufgesprungen, man muss halt trotzdem was machen und wir hatten da verschiedene andere Beispiele. Es gab dann auf einmal so eine Akta-Petition. Hier haben wir dann mal so eine Postkarte von gemacht, wo wir dann die 61.000 Bürger draufgeschrieben haben, die das mitgezeichnet haben. Die gab es, die lief parallel, hat keinen interessiert. Bei der Anhörung im Petitionsausschuss waren wir, glaube ich, das einzige Medium, was darüber berichtet hat, weil da gab es halt ganz andere Themen. Es gab diese Vorratsdatenspeicherung- Petition, die kam aus dem Nix. Ein halbes Jahr lang lag die beim Bundestags-Petitionsausschuss, ein bisschen mal freigeschaltet wurde. Da hat das Thema gerade keinen interessiert. Da haben wir mal schnell eine Ad-Hoc-Kampagne machen müssen, um auf über 50.000 Mitzeichnern zu kommen. Das hat auch geklappt, aber dann lag es ein Jahr lang wiederum im Petitionsausschuss rum, weil die CDU nicht wollte, dass über die Vorratsdatenspeicherung diskutiert wird. Also insofern, wir machen uns bei Bundestags-Petitionen abhängig von sowas. Deswegen vergesst, also wir machen uns abhängig vom Zeitpunkt und so weiter und es bringt null. Es hat einmal was aus Schreiben Zufall gebracht, aber seitdem nie wieder. Das ist das eine. Super, ich hatte mich schon gefragt, gibt es die noch? Aber ja, dazu später mehr. Anderes Beispiel, was aber auch wiederum gut funktioniert hat. Kampakt. Kampakt ist halt die deutsche Variante von Avaas. Bisschen mehr ökologisch, sozial, so vom Image her. Aber ganz nette Leute. Und Kampakt hat zum richtigen Zeitpunkt, zum Melderecht eine Petition zusammen mit Föhrboot, formerly known as Föhrboot, jetzt digitale Courage und dem Verbraucherzentrale Bundesverband gemacht. Und sie haben in dieser Empörungswoche, also die fünf Tage, wo Meldegesetz Leute interessiert hat, danach wusste keiner mehr, worum es geht, haben sie es halt geschafft, knapp 200.000 Mitzeichner zu finden. Hier werden übrigens noch 700 Mitzeichner gesucht, wie ihr sehen könnt. Der Screenshot ist von gestern, damit da auch noch irgendwie 200.000 zum Schluss erscheinen kann. Also nachdem ihr irgendwie eine Vodafone-Remix-Aktion gemacht habt, könnt ihr noch gleich hier mitzeichnen. Ja, also Kampakt hat halt auch den Vorteil, sie haben halt diese Infrastruktur und vor allem diese Infrastruktur ist Open Source. Sie haben sie released oder releasen sie bald. Also wir könnten auf sowas aufbauen, aber uns fehlen halt die Techies, die längerfristig Verantwortung für so eine Plattform betreiben. Wir finden immer ganz viele, die mithelfen wollen, aber meistens hat man das Problem, dass sie eine Woche später verschollen sind und denen möchte man dann nicht irgendwie eine Infrastruktur mit Nutzerdaten anvertrauen. Wir haben bei Angriff ist die beste Verteidigung und wir haben bei ACTA dann versucht, also es gab halt dieses Momentum mit 100.000 Leuten auf der Straße, aber wir wussten halt genau, wir haben ein Problem. Und zwar bis das im Europaparlament beschlossen wird, vergehen noch weitere vier, fünf Monate und es war noch unklar, ob es in die Verlängerung geht. Es hätten auch noch zwei weitere Jahre werden können und wie das immer so ist, nach ein paar Tagen weiß keiner mehr, was ACTA ist oder was Meldegesetz ist. Wir dachten, okay, wir brauchen jetzt eine Kampagne. Wir haben dann versucht, Geld zu sammeln über Betterplace. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform. Wir haben es geschafft. Wir wollten nur 15.000 Euro haben, damit wir das ganze Geld investieren in Materialien, die halt vom Druck und so weiter Geld kosten. Haben wir halt nicht. Wir können die ganzen Materialien erstellen, aber wir können sie halt nicht drucken, weil eigene Druckerei und so weiter ist halt noch schwieriger als eigene Kampagnen-Plattform. Also dachten wir, 15.000 Euro würde ja zu machen sein. Das war aber extrem schwierig. Wir haben 12.000 geschafft. 3.000 Euro kamen dann noch durch den Chaos Computer Club, damit wir wenigstens sagen konnten, unser Crowdfunding-Ziel ist erreicht. Das hat uns ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz haben wir das Geld verwendet, um über 200 Pakete in 180 Städte in Deutschland und Österreich zu verschicken mit so verschiedensten Materialien wie Infoflyer, Postkarten für die Mobilisierung zu den Großdemos, die dann noch nicht mehr ganz so groß wurden im Juni, weil keiner mehr wusste, was ACTA ist und so weiter. Und Klebebänder, auch eine netzpolitische Innovation, also zumindest noch nie im netzpolitischen Umfeld vorher genutzt. So sahen die Flyer aus. Sieht ein bisschen komisch aus, aber man konnte sie falten. Das sind 8x8er Flyer oder 4x4er oder keine Ahnung, wie das in der Werbesprache heißt. Oder das waren die Mobilisierungsflyer für die Leute irgendwie, damit sie noch mal wussten, worum es überhaupt geht. Irgendwas mit Anonymous und so weiter. Das waren dann unsere Klebebänder. Das war dann auch meine Überlegung, wie kriegen wir halt so dieses Thema Meinungsfreiheit im Internet in den öffentlichen Raum. Wir dachten halt, so ACTA versperrt Wege. ACTA kann dazu führen, dass Zensur und Kontrollinfrastrukturen aufgebaut werden. Und das bedeutet halt, unsere Freiheit kann blockiert werden. Und wir haben halt Klebebänder gemacht in der limitierten Auflage. Das konnte man auch so verwenden, alles so vollkleben. Dann auch Aufkleber und so weiter. Aber das war auch dann eine Erfahrung für uns. Haben wir auch hier. Also das war auch, das ist mein Büro. Wir haben da echt mehrere Tage lang Sachen gepackt. Das wollen wir auch nie wieder machen. Das hat echt ganz schön anstrengend. Vor allen können wir das nie wieder machen. Wir haben uns nämlich im benachbarten Supermarkt irgendwie Wagen ausgeliehen und haben dann so eine DDoS-Attacke darauf gestartet. Fünf Wagen voll bepackt mit Paketen, so zur Mittagszeit in so eine unterbeschäftigte, also unterfinanzierte Postfiliale, wo die Hälfte gerade in der Mittagspause war. Das hat echt lange für die hinter uns gedauert. Aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, in ganz vielen Städten gab es im Vergleich zu den ersten Demos auf einmal Informationsmaterialien. Das Problem war, es war, fehlten halt die Leute. Also im Endeffekt wäre es besser gewesen, wir hätten das umgekehrt gemacht. Wir hätten vorher Geld gehabt, weil wir hatten diese ganzen Inhalte. Wir hatten sie nur noch nicht gedruckt und es hat keinen interessiert, um dann in dem Moment, wo 100.000 Leute auf die Straße zu gehen, einfach die Materialien verteilen zu können. Und da möchte sich jetzt irgendwas auf Port UDP verbinden. Das war eh der Übergang zu Linus. Ich verbiete das. Ja, du kannst selbst weitermachen. Ja, mache ich. Bitte schön. Danke, aber trotzdem. Ja, Markus hat die These schon ein bisschen vorweggenommen. Ohne Moos ist nichts los. Wir müssen auf solche Vorkommnisse dann vorbereitet sein. Wir sollen nicht jedes Mal überrascht werden. Wir haben bis jetzt die aufgescheuchten Hühner, auf die wir bis jetzt immer wieder verlassen. Aber das ist ja auf die Dauer auch anstrengend. Deswegen macht es ja auch keiner so lange. Wir können nicht jede Kampagne immer erst finanzieren. Und es wäre daher sehr gut, wenn es irgendwie Geld gibt. Ich habe wahrscheinlich gedacht, dass das am Ende kommt. Wir wollen also irgendwie den Aktivismus ein bisschen mehr professionalisieren. Und ich denke, ein trauriges Beispiel ist auf jeden Fall dieses Handbuch Netzneutralität, das Markus gerade schon nannte, welches einfach bis jetzt noch nicht finanziert ist und deshalb nicht den Europaparlamentariern in die Hände gedrückt werden kann. Und im Bundestag. Und im Bundestag von mir aus auch. Anderes Beispiel ist die Schindler-Klage. Matthias Schindler hat eine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage gestellt, weil er wissen wollte, welche Personen ACTA ausgehandelt haben. Und seine Informationsfreiheitsanfrage wurde nicht entsprochen. Und er hat angekündigt, dass er auf seiner Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage besteht und das notfalls gerichtlich auskämpft. Das war zu einem Zeitpunkt, als gerade ACTA ein großes Thema war. Digitale Gesellschaft hat gesagt, alles klar, wir machen eine Spendenaktion dafür. Spendet mal die Mittel, um das Ding auszukämpfen. Da wurden 10.000 Euro übers Wochenende. 10.000 Euro gespendet. Und dann hat Matthias gesagt, okay, dann klagt er jetzt und dann möchte er nicht nur die Namen haben, sondern er möchte noch sämtliche Informationen haben, die irgendwie bei den Ministerien rumfliegen. Dann hat er, weil wir jetzt Geld hatten, mit Juristen aus unserem Umfeld einen Widerspruch abgegeben. Und man hat gesagt, naja, weil die Ablehnungsbegründung war, Gefährdung öffentlicher Sicherheit. Also das war ja noch irgendwie diese große Geschichte, David gegen Goliath und noch sowas von skurril. Also von allen Ausnahmesituationen im Informationsfreiheitsgesetz war das so die letzte, mit der wir gerechnet haben, wo sie halt irgendwie die Rausgabe der Namen irgendwie verhindern wollen. Naja, und dieser Widerspruch liegt seit März im Bundesjustizministerium. Also das ist diese Absurdität. Er hat gesagt, Sie lehnen meine Anfrage ab. Ich lege Widerspruch ein. Und jetzt seit irgendwie zehn Monaten passiert nichts. Wir haben 10.000 Euro auf dem Widerspruch. Dann müssen die erstmal antworten. Also das kommt irgendwann noch. Falls ihr gespendet habt und gefragt habt, wo ist eigentlich das Geld und wo ist diese Klage? Also das Geld liegt auf dem Konto. Die Klage ist aber noch nicht da. Das Problem ist natürlich auch, dass da jetzt 10.000 Euro liegen. Wir haben gerade gesagt, wie schwer es war, irgendwie 12.000 für Materialien zu bekommen. Und wenn wir diese 10.000 Euro, die werden jetzt irgendwann dafür ausgegeben werden, dass wir einen politischen Kampf zu Ende führen, der hoffentlich, denke ich ja jetzt in den letzten Monaten schon gewonnen wurde. Das heißt, es ist ein bisschen traurig, aber Versprechen werden natürlich gehalten. Aber so gebundenes Geld ist dann also ein Problem. Schön wäre es gewesen, wenn wir das Geld einfach zu dem Zeitpunkt gehabt hätten. Dann könnte man sich jetzt vielleicht auch entscheiden, diese Sache nicht mehr durchzukämpfen. Also daher plädiere ich und es geht nicht darum, dass ich einen Job suche. Ich habe einen Job, mit dem ich sehr glücklich dafür, dass wir ein paar Aktivisten haben oder die vielleicht auch ihre Hauptzeit in ihrem Leben dem widmen können, das nicht ganz nebenbei noch neben ihrem Beruf im Feierabend machen und dazu auch noch ein bisschen Geld da liegen haben, um meine Kampagne einfach loszutreten in dem Moment, wo sie losgetreten werden muss. Ich habe gerade das Signal bekommen, dass wir nur noch wenige Minuten haben. Ich denke, deswegen gehen wir zur Fragerunde über. Sollen wir noch kurz den Ausblick, das kriegen wir schnell durch. Das musst du sagen. Naja, gehen wir schnell durch. Okay, wir haben noch einen Ausblick, was wir noch irgendwie so im Köcher haben oder worauf wir uns noch konzentrieren wollen. Ein Thema, was hier auf dem Kongress auch eine kleine Rolle spielt, die Packet Inspection. Da haben wir eine Situation, manche Techies finden es toll, andere auch wiederum nicht. Wir haben auf jeden Fall die Situation, die Packet Inspection Technologien werden immer mehr eingesetzt. In Deutschland, um die Netzneutralität zu brechen, in anderen Ländern, um Zensuren, Kontrollinfrastrukturen aufzubauen. Wir wollen da eine Aufklärungskampagne dagegen machen. Wir wollen auch mehr Informationen darüber haben, wie wird DPI wo eingesetzt, weil die ganzen Telcos verschweigen das so ein bisschen. Da heißt es dann irgendwie bei der Deutschen Telekom, nee, nee, wir setzen das nicht ein. Wir setzen Service Control Engines ein von Cisco. Guckt man sich die Produktbeschreibung von Service Control Engines an, steht da drin, damit kann man die Packet Inspection machen. Also so andere wie Vodafone, die wollten überhaupt gar nichts sagen, ob sie was einsetzen. Wir wissen halt von den einen oder anderen Telcos, die setzen das wahrscheinlich alle irgendwie ein, aber heißt halt nicht. Was wir halt wollen, ist halt ein Verbot dieser Technologien. Wir wollen Exportkontrollen, also dass das halt überhaupt nicht mehr wie bisher von deutschen Firmen dann auch in irgendwelche Zensurstaaten exportiert werden kann. Und da brauchen wir halt eure Hilfe und noch mehr Ideen. Und naja, darum geht es eigentlich. Mit die Packet Inspection kann man halt in Echtzeit im Datenverkehr reinschauen. Also manche Techies würden halt sagen, super, was man da alles machen kann. BWLer sagen dann auch, super, was man damit machen kann. Aber Politiker sagen auch, super, was man damit alles machen kann. Und das ist ein Problem. Wir bauen da gerade eine Überwachungs- und Zensurinfrastruktur bei unseren eigenen Telekommunikationsunternehmen auf, die halt sehr schnell entfremdet werden kann. Wir sind ja im Schnelldurchlauf, also die wird halt jetzt schon genutzt, um Netzneutralität zu verhindern. Und das Problem ist, dass halt der Unterschied zwischen Internet und Diktaturen in Deutschland nur eine Konfigurationsdatei ist. Und das Ziel einfach mal verbieten. Also Atomkraftwerke fanden die Physiker früher auch mal super. Hat man jetzt aber auch verboten. Und nur mal ein anderes Beispiel zu bringen. Also ich zitiere mal kurz aus einem Content-Lobby-Positionspapier. An der Entwicklung der technischen Standards für technische Maßnahmen zur Behinderung des Missbrauchs von Telekommunikationsverbindungen arbeiten die Provider seit Jahren in ihrem eigenen Interesse. Sie setzen in vielerlei Hinsicht bereits technische Maßnahmen ein, um den Datenverkehr zu lenken, zu begrenzen, zu manipulieren. Zum Beispiel Filtertechnologien zu bekämpfen von Spam, Verhinderung bestimmter datenintensiver Dienste, bla bla bla. Diese und die auch sonst zur Verfügung stehenden technischen Dienste müssen in gleicher Weise auch für den Schutz rechtsverletzender urheberrechtlich geschützte Inhalte verwendet werden. Also die GEMA und Co., die stellen sich zur Politik und sagen, hey, das wird doch alles eingesetzt. Ist doch nur eine Konfigurationsdatei. Muss man ändern. Und die Frage ist, wie lange sagt die Politik noch, nee, machen wir nicht. Und wann wachen Politiker auf und denken halt, super, wir haben dann doch schon eine Kontrollinfrastruktur. Muss man nur eine Datei ändern. Das wollen wir halt nicht. Ein anderes Beispiel, was wir noch für die nächsten Jahre vorhaben, ist Fight for a Right to Remix. Wir müssen in die Offensive gehen in dieser Urheberrechtsdebatte. Also es ist eigentlich irgendwie ziemlich erschreckend und ziemlich langweilig auch geworden. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Urheberrechtsdebatte, weil immer dasselbe und immer nur so noch weitere Durchsetzung von Urheberrechten und Kriminalisierung von Tauschbörsen und so weiter. Wir sind eigentlich immer nur in einem Abwehrkampf. Warum nicht mal in die Offensive gehen? Ein Beispiel ist, Recht auf Remix zu fordern. Und zwar irgendwann wird auf EU-Ebene mal das Urheberrecht reformiert. Die EU-Kommission spielt da gerade irgendwie die Verlängerung. Wir wollen jetzt erstmal eine Konsultation machen, also lauter runde Tische im nächsten Jahr. Und 2014 soll dann mal geguckt werden, ob bei den runden Tischen was rausgekommen ist, also die deutsche Strategie. Und 2014 sind dann auch erst Wahlen in der EU. Und vielleicht gibt es danach mal eine Urheberrechtsreform. Aber warum nicht vorbereitet sein und europäisch mit unseren ganzen Partnern wie Bits of Freedom und Open Rights Group und La Quartatür einfach mal ein Recht auf Remix als Schrankenregelung für transformative Werke fordern. Also wir dürfen remixen. Wir dürfen urheberrechtlich geschützte Werke remixen. Aber wir dürfen sie nicht veröffentlichen. Das ist vollkommen absurd. Weil Privatkopie ist erlaubt, also mit Ausnahmen, wenn Kopierschutz dann nicht und so weiter. Aber Privatkopie bedeutet auf dem eigenen Computer belassen. Bloß nicht irgendwie anderen zeigen. In den USA gibt es Fair-Use-Regeln. Die dürfen da viel mehr. Es ist ja nicht bekannt, dass Hollywood irgendwie schon untergegangen ist aufgrund von diesen Remix-Regelungen in den USA. Wir wollen das auch haben. Wir wollen also ein Recht auf Remix haben. Und wir wollen in die Offensive gehen, um dann mal dann mit halt diese ganzen Copyright-Lobbys einfach mal argumentieren müssen, warum sie das nicht wollen. Warum sie weiterhin unsere Kulturpraktiken und die Kulturpraktiken von unseren Eltern und auch von immer mehr Politikern, Kindern und so weiter kriminalisieren wollen und verbieten wollen. Also das Ziel ist, Recht auf Remix bis 2014 mal so ausdifferenzieren, ausdefinieren, europäisch als Kampagne zu starten, dass man dann einfach in dieser Urheberrechtsreform das einfach mal durchbringt. So. Was kannst du tun? Habt ihr euch wahrscheinlich schon gefragt, ne? Also, ja. Hilfe, ruf zum Spenden auf. Am besten auch noch im Blog. Ja. Petitionen unterzeichnen könnt ihr ja alle schon so, ne? Es gibt tausend Wege, da machen wir mal einen eigenen Vortrag zu oder ich glaube, ich habe mal vor fünf Jahren hier einen gemacht. Wir könnten gleich zu den Questionen und Answers kommen, aber bevor wir das hier so auseinander geht. Wir haben unter comic.digitalegesellschaft.de dieses Jahr, ja, einen Comic gemacht, der eine Geschichte rund um diesen Kongress wiedergibt. Den haben wir gedruckt. Den geben wir gegen Spende ab. Also, wenn ihr einen tollen Comic haben wollt, wahrscheinlich den ersten netzpolitischen Comic weltweit unter einer freien Lizenz und vor allem der erste, den Gregor Settlatsch für uns gemacht hat, könnt ihr später hier erhalten. Wir haben auch noch ein Netzpolitik-Jahr-Buch, das kann man sich kostenlos herunterladen und auch kommerziell kaufen und das gehen wir ja auch gegen eine Spende ab. Ja, und dann fragt ihr euch jetzt immer noch, was kannst du tun und was könnt ihr uns für Fragen stellen? Wir haben drei Mikros mindestens oder zwei und. Ja, wir haben noch so zwei Minuten Zeit für Fragen. Echt? Das heißt vielleicht ein, zwei kurze Fragen. Am besten zu dem Saal-Mikro da oder zu mir. Hallo Markus. Zum einen Glückwunsch für das Engagement. Zum anderen, mich macht es immer ein bisschen irritierend, wenn ich das Gefühl habe, da sind die Aktivisten eigentlich mit denselben Mitteln, wie ich sage mal, die Gegner unterwegs. Kannst du mich irgendwie beruhigen dahingehend, dass wir jetzt einfach die, ich sage mal dumme, unbewegliche und inkompetente Masse einfach nur anders manipulieren und dumm halten, wie es eben die anderen auch tun? Sehe ich nicht so. Ich meine, letztlich lässt sich das glaube ich in zwei, drei Sätzen sagen. Wir stehen ja nicht außerhalb der Gesellschaft. Also es gibt bestimmte psychologische Regeln der Massenkommunikation und die haben wir uns nicht ausgedacht. Die können wir allenfalls beobachten und versuchen damit in Anführungsstrichen die guten Inhalte zu kommunizieren. Letzten Endes ist das politischer Diskurs und da stehen wir eben mittendrin mit anderen Playern, nur dass die finanzielle Interessen haben und wir jedenfalls aus meiner Perspektive Freiheitsinteressen sind. Und das ist legitim. Okay, Zeit ist rum. Und das ist eben noch sehr gut. Vielen Dank.